Ich habe eine Gratis-Influencer-Pille erfunden. Damit kann ich jeden Influencer dazu bringen, für mich gratis Werbung zu machen. Ich habe hier mal einen Influencer vorbereitet. Hallo, lieben Leute. Hier ist wieder euer Nadine. Ja, kannst du für mich gratis Werbung machen für diese Pille? Äh, Entschuldigung? Ich bin ein Influencer. Ich mache das gegen Geld. Äh, ja, natürlich. Hallo, lieben Leute. Heute möchte ich euch die neue Pille vom Doktesser vorstellen. Hallo, lieben Leute. Heute möchte ich euch die neue Pille vom Doktesser vorstellen. Genial! Der Doktesser. Heute möchte ich euch die neue Pille vom Doktesser vorstellen. Jetzt erfinde ich noch eine richtig Sprechen-Pille. Genial!